Hallo, ich zeige euch schnell mein heutiges Outfit of the Day. Es ist ein bisschen regnerisch und das im Juli, deshalb ist es jetzt nicht so luftig. Ich habe an von H&M ein ganz normales Basic-Oberteil mit so 7,8-Armel. Dann dazu einen Mini-Rock von Forever 21, schwarze Leggings und Schuhe, die habe ich bei Yellow in Österreich gekauft. Also ganz normale Stiefel. Ja, das war es schon wieder. Also wirklich nur kurz und knackig. Ich liebe solche Röcke. Die sind einfach so bequem mit einem Gummizug und man ist super angezogen, wie ich finde. Der war auch wirklich billig. Den habe ich in Brüssel gekauft bei Forever 21. Also falls ihr auf der Suche seid nach solchen Röcken. Und ich denke, das ist auch der Eye-Catcher an dem Outfit. Das andere ist sowieso nur Basic. Aber vielleicht hat es euch Spaß gemacht zuzusehen. Bis bald!